Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Diese Woche ist ja bei uns auf Schalke ein bisschen ruhiger bedingt durch den erfolgreichen Heimsieg gegen St. Pauli und trotzdem gibt es natürlich einige wichtige Themen zu besprechen. Unter anderem ist jetzt auch nochmal rausgekommen, was man denn bei dieser Aussprache letzte Woche Montag festgehalten hat aus Mannschaftssicht, was besprochen worden ist und was man eben auch jetzt als Team besser machen möchte. Diesbezüglich gibt es auch dann natürlich nochmal den Blick auf den gestrigen Trainingsplatz, denn dort gibt es wichtige Updates zu Terodde und Drexler und auch den Comeback-Plan von Leo Greimel, wann er wieder eine Option für die Profis sein kann. Wir schauen zudem natürlich aber auch auf unser neues Sondertrikot, was morgen rauskommen wird und in Sachen Leihrückkehrer im Sommer, vor allem bei Sebastian Polter und Memo Aydin gibt es sehr interessante Updates und so binden das also heute unsere aktuellen Themen. Wir gehen damit rein in die heutigen S04 News. Legen wir es mal los mit dem Blick auf den gestrigen Trainingsplatz, wo ja auch Leo Greimel ja wieder dabei gewesen ist. Greimel hat sich ja im letzten Sommer das Kreuzband gerissen, bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere. Das war ja im letzten Testspiel gegen Twente und seitdem liegen über 200 Tage Reha hinter dem 22-jährigen Österreicher. Aber mittlerweile gibt es auch wieder die klare Planung mit Leo Greimel im Profibereich, denn es sieht gut aus und der Österreicher macht sich wirklich gut. Schon seit einigen Wochen macht er ja Teile vom Mannschaftstraining mit, teilweise sogar wieder komplett und die Belastung wird somit immer weiter gesteigert. Auch erste Zweikämpfe standen laut der VATS in dieser Woche für den Innenverteidiger auf dem Programm und Gerald Asamor hat auch nochmal erklärt, wie nun die weiteren Planungen sind. Nächste Woche soll Leo wieder alles mitmachen. Wir wollen sehen, wie er auch intensive Spielform wie das 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 verpackt. Denn natürlich weiß man auch bei Leo Greimel bedingt seine schweren Verletzungen auch schon zuvor, dass man vorsichtig ist und dass man natürlich auch die Belastung bewusst peu a peu steigern möchte. Und sollte eben dann Leo Greimels Körper das hinbekommen, dass er eben auch in diesem intensiveren Teamtraining funktionieren kann, dann ist auf jeden Fall angedacht, dass er auch noch im März sein Pflichtspiel-Comeback gibt. Nicht zwingend bei unseren Profis, sondern eben dann ähnlich wie Assan Uedrohuk am letzten Wochenende bei der U23. Denn da sammelt eben dann auch Greimel im nächsten Schritt bei seinem Comeback-Plan die nächsten Spielminuten und besser gesagt hat er auch dann die nächste Fitnessstufe. Und wenn dann eben alles nach Plan verläuft, dann könnte Greimel im Saisonschlussspurt für uns auf jeden Fall ein durchaus interessantes Thema werden. Denn nach dem Spiel gegen Hertha BSC in gut anderthalb Wochen ist ja Länderspielpause. Da plant Schalke eben auch ein Testspiel gegen einen unterklassigen Gegner und im besten Falle soll eben Greimel auch da dann wieder für die Profis zum Einsatz kommen. Das heißt, nach der Länderspielpause ist auf jeden Fall der Plan, dass Greimel dann noch wieder Konkurrenz machen soll auf unsere Innenverteidigung. Und ich denke mal, dass er dort auch durchaus Gelegenheiten bekommt, sich direkt auch mal zu zeigen. Und somit ist ein Ende seiner Leidenszeit auf jeden Fall ja da und auf jeden Fall im Fokus. Und ich denke mal, das ist wirklich auch schön für alle. Natürlich kann man noch überhaupt nicht sagen, inwiefern sein Körper diese Belastung wieder packen wird. Und inwiefern er natürlich auch dann verschont bleibt in den nächsten Monaten von weiteren Verletzungen. Aber erstmal ist es sicherlich für alle Beteiligten schön, dass Greimel wieder mit an Bord ist. Und dann haben wir natürlich auch nochmal kurz und knapp das generelle Personal-Update vom gestrigen Dienstag. Denn drei Profis haben dort gefehlt. Zum einen Dominik Drexler wegen einer Erkrankung. Thomas Aurejan und Simon Tirodde wegen Belastungssteuerung. Die waren nur auf dem Rad und haben somit individuell trainiert. Vor allem bei Aurejan und Tirodde war das aber in den vergangenen Jahren immer schon so. Und somit sollte das auf jeden Fall keinen wirklich nervös machen. Denn auch gute Nachrichten gab es von Kenan Karaman. Der konnte ja auch am Montag, weil er ein bisschen krank war, nur individuell trainieren. Er war wieder mit auf dem Rasen und somit natürlich auch dann auch komplett fit für das Spiel gegen Paderborn. Interessant war, dass auch gestern wieder fünf Spieler aus der U23 mit dabei waren. Zum einen Jimmy Caparos, Steven van der Slaut und Niklas Castelle. Aber auch Justin Treichel fürs Tor und durchaus überraschend Marun Balouk. Der spielt auch bei der U23, 21 Jahre alt, aus Belgien. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der aber unter Jakob Fimpel gar nicht mal gesetzt ist. Und trotzdem hatte Asamoah einen durchaus logischen Grund dann eben auch, warum sich Balouk bei den Profis zeigen durfte. Wir brauchten einen Spieler, der ein intensives Training mitgehen kann. Balouk hat in der U23 zuletzt nicht so viel gespielt, wurde häufig nur eingewechselt. Deshalb ist er bei uns dabei. Für jeden Spieler aus der U23 ist das Profitraining eine Chance. Das hat Asamoah hier interessanterweise auch nochmal erklärt. Und somit sieht es auf jeden Fall in Sachen Training wirklich gut aus bei uns. Und auch in Sachen Leo Greimel geht es immer weiter voran. Voran sollte es im besten Fall natürlich auch für uns aus Schalker Sicht in der Tabelle gehen. Wir brauchen noch weitere Punkte, noch weitere Schritte raus aus dem Abstiegskampf hin zum fixen Klassenerhalt. Und da war natürlich dieses Spiel gegen St. Paul die letzte Woche Freitag unglaublich wichtig. Zuvor gab es ja bedingt durch den desaströsen Aufwand gegen Magdeburg viele Diskussionen. Es gab viel Unruhe. Es gab viel Kritik an alle Bereiche von Schalke 04. Aber natürlich auch vor allem gab es Kritik an der Mannschaft. Paul Seguin hat ja nach dem Magdeburg-Spiel gegenüber von Sky klargemacht, dass es mehr Reibung geben muss, dass er sich wünscht, dass sich auch mal mehr die Meinung gesagt wird. Und genau das ist ja dann auch letzte Woche Montag passiert. Da gab es ja diese XXL-Krisensitzung, die dann doch länger gedauert hat als gedacht. Und jetzt sind dann nochmal ein paar Details rausgekommen, was dann bei der Aussprache besprochen wurde, wer vielleicht auch die Gesprächsführer waren und was man eben auch jetzt daraus mitnehmen kann. Denn was auf jeden Fall klar war, laut der Bild-Zeitung lief die Aussprache am Montag nach dem Magdeburg-Spiel, vor dem St. Pauli-Spiel mit ordentlicher Lautstärke ab. Denn zur Debatte standen hier sowohl taktische als auch zwischenmenschliche Probleme und die wurden wirklich auch da mal ganz klar angesprochen, was finde ich auch wirklich genau der richtige Weg war. Gesprächsführer, und ich denke mal, das ist wenig überraschend, waren dabei vor allem auch die älteren und erfahrenen Spieler. Die sind hier so ein bisschen vorangegangen, haben sicherlich auch dann das Gespräch so ein bisschen geleitet und auch das ist natürlich auch dann deren Aufgabe. Interessant war, dass laut der Bild-Zeitung diese Aussprache auf Deutsch stattgefunden hat. Andersprachige Spieler wie zum Beispiel Brian Lassem oder auch Thomas Kalasch haben sich dann die Inhalte anschließend übersetzen lassen, damit es eben auch dann für alle verständlich war. Und dann wurde auch unter anderem beschlossen, dass Inhalte aus Kabinengesprächen nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Und wenn man natürlich jetzt mal diesen kleinen Satz liest und vielleicht auch ihr euch den Satz anhört, dann ist vielleicht da schon mal ein komischer Punkt, denn es wurde beschlossen, dass Kabineninhalte nicht mal in die Öffentlichkeit gelangen. Aber genau das ist natürlich jetzt mit dieser Meldung direkt mal passiert. Also man kann natürlich jetzt wieder interpretieren, ob das jetzt nur reine Interpretation eben auch der Bild-Zeitung ist, was da am Montag passiert ist. Denn natürlich kann man auch die teilweise genannten Punkte genauso aufführen, indem man ein bisschen spekuliert. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch immer noch sein, dass wir zwei, drei Spiele einfach mit dabei haben, die gerne dann auch mal Kabineninhalte an die Öffentlichkeit tragen und da vielleicht mal für eine gewisse Stimmung sorgen wollen. Das kann man natürlich auch weiterhin nicht ausschließen, trotz dieser Aussprache. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Großteil der Mannschaft wirklich jetzt auch mal endgültig an einem Strang zieht. Ich hoffe es auf jeden Fall und man dahingehend auf jeden Fall auch in den nächsten Spielen noch weitere Entwicklungsschritte sieht. Der wie John Merkin, der war gestern nach dem Training in der Medienrunde und hat da auch nochmal gegenüber von Sky so ein bisschen erklärt, wie er die Leistung gegen St. Pauli einschätzt und was vielleicht auch die Aussprache damit zu tun hatte. Es war eine schwere Phase für uns, hat glaube ich jeder mitbekommen in den letzten Wochen. Vor allem in der letzten Woche, da haben wir sehr viel geredet und dann machst du so ein Spiel, ausgerechnet gegen St. Pauli. Also das ist wirklich die Kirsche auf der Torte. Dadurch haben wir hoffentlich realisiert, dass wir schon ein gutes Team sind, dass wir auch kicken können, aber dafür müssen wir uns alle zusammenreißen und wir müssen zusammen arbeiten. Ich glaube, das hat jeder im Stadion gesehen, hat Derry John Merkin dazu also nochmal ganz klar seine Meinung gesagt. Und ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt auch mannschaftsintern weitergehen wird, aber logischerweise auch auf dem Platz. Denn anscheinend hat diese Aussprache tatsächlich mal etwas geholfen, zumindest mal bezogen auf das Spiel gegen St. Pauli. Merkin hat aber zum Beispiel auch nochmal gesagt, dass natürlich jetzt in Sachen taktische Herangehensweise es gegen Paderborn wieder was anderes werden wird. Da muss man sich wieder etwas anders orientieren und da bin ich mal gespannt, welche Lösungen dann gefunden werden und ob man eben dann auch erneut wieder ein gutes Spiel von unserer Mannschaft sehen kann. Gestern haben wir ja auch schon über die ersten Transfergerüchte geredet für den kommenden Sommer. Eine Rückkehr von Leo Schienzer ist ja durchaus ein Thema, was besprochen werden könnte. Es gibt einige auslaufende Verträge. Auch andere Spieler wie Baumgartel sollen gehen. Und generell ist somit auf Schalke sehr viel los. Die Bild-Zeitung hat jetzt mal einen Artikel verfasst über unsere Leihrückkehrer, über die Spiele, die verliehen sind und möglicherweise in Sommer zurückkehren und wie es mit denen weitergehen kann. Das sind ja vor allem eben auch dann Justin Hekerin, Sebastian Polter, Memo Aydin und Soichiro Kuzuki. Auch hier haben wir also einen Bildbericht mit dabei. Ich finde aber, der ist wirklich gut geschrieben und liefert nochmal interessante Details. Deswegen gehen wir mal alle vier Personalien durch und gucken mal, wie dort die aktuelle Tendenz so ausschaut. Denn Justin Hekerin hat sich ja im Winter dazu entschieden, den Schritt zu gehen in die zweite belgische Liga zu Padro Aydin-Masmechelen, um einfach auf höherem Niveau im Vergleich zur Regionalliga West Spielpraxis zu bekommen. Und dieser Plan, der natürlich auch von Schalke logischerweise unterstützt worden ist, geht bislang voll auf. Hekerin ist Stammspieler in Belgien, hat bislang sechs Spiele absolviert, hat viermal zu null gespielt, kann auch dort seine spielerischen Qualitäten im Spiel mit einbinden und somit geht der Plan auch wirklich von allen Beteiligten komplett auf. Er macht somit natürlich auch Druck auf Schalkes Teutersituation, wo man eben auch mittlerweile sieht, okay, Hekerin entwickelt sich in Belgien wirklich gut und ist auch vielleicht dann bereit für den nächsten Schritt. Deswegen heißt es auch der Bild-Zeitung auch intern, dass Hekerin mittlerweile das Zeug habe, Ralf Fährmann als Ersatzkeeper von Marius Müller abzulösen. Also man sagt jetzt nicht, dass Hekerin bedingt durch die Spiele in Belgien auf einmal die Nummer 1 werden soll. Da ist natürlich noch ein weiter Weg hin, aber man ist schon der Meinung, dass Hekerin das Zeug hat, Schalkes Nummer 2 zu werden. Und deswegen geht die Tendenz aktuell auch erstmal Richtung Rückkehr im Sommer. Natürlich muss man, finde ich, aber auch dazu sagen, dass Fährmann erstmal noch einen Vertrag hat bis 2025 und ich denke mal, den wird er auf jeden Fall auch erfüllen wollen, weil es auch einfach finanziell natürlich für ihn Lohnswert ist. Und auf der anderen Seite muss man logischerweise auch die Frage stellen, ob sich Hekerin damit einen Gefallen tut, sich freiwillig auf die Bank zu setzen oder ob man vielleicht eine Lösung finden wird für die kommende Saison, Hekerin nochmal zu verleihen. Vielleicht dann in eine nochmal stärkere Liga, um dann nochmal einen nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, davon könnten alle dann sogar nochmal am ehesten profitieren. Ein Spieler, der im Winter so ein bisschen der klarste Abgangskandidat war, war ja Sebastian Polter, für den es am Deadline Day zu Darmstadt 98 gegangen ist. Und er war ja bei uns größtenteils Bankdrücker und er spielt in der Bundesliga bei Darmstadt tatsächlich als Stammspieler. Es ist ja so, dass Schalke selber bestätigt hat, dass sich die Essen eine Kaufoption gesichert haben. Nach Bildinformationen liegt diese bei gut 400.000 Euro. Aber, und das finde ich es ganz interessant, Polter hat bei Darmstadt noch keinen Anschlussvertrag ausgehandelt. Das heißt, und das ist wohl auch ein Detail, was zwischen Polter und Schalke festgelegt worden ist, diese Option von 400.000 Euro kann auch genauso gut von anderen Klubs gezogen werden. Das heißt, die Lilien haben jetzt den nicht zwingenden Vorteil. Auch die können 400.000 Euro zahlen, um dann natürlich mit Polter eine Einigung zu finden. Aktuell sieht es aber auch dort eher nach Zweitliga-Abstieg aus. Mal gucken, ob dann Polter an Bord bleiben wird oder sich vielleicht dann doch nochmal komplett anders orientiert. Denkbar ist laut der Bild-Zeitung auch, dass Schalke seinen Vertrag auflösen würde, wenn es dann keine konkreten Interessenten gibt, weil man es zum einen mit Polter rein sportlich nicht mehr plant, er durchaus auch ein Großverdiener ist und eben nur noch einer Vertrag hat, wodurch eine weitere Laie auch nicht möglich ist. Ich denke mal, das Szenario, auch wenn es von der Bild-Zeitung kommt, ist ein durchaus realistisches, was man auf jeden Fall nicht ausschließen sollte. Das heißt, Polter und Schalke, da wird es im Sommer keine realistische Rückkehr geben. Eine Rückkehr könnte es aber dann tatsächlich von Memo Aydin geben, der bereits seit 2014 bei uns im Verein ist. Er war ja bei Trabzonspor in der Hinrunde größtenteils Stammspieler als Leihspieler, hat aber auch zwischendurch mal seinen Stammplatz verloren und jetzt endgültig seitdem der ehemalige Dortmunder Thomas Meunier da ist. Denn seitdem hat Memo Aydin keine Sekunde mehr gespielt und deswegen ist es wohl auch quasi ausgeschlossen, dass Trabzonspor die Kaufoption von 1,4 Millionen Euro ziehen wird. Es gab ja auch zuvor schon Medienberichte, sowohl aus Deutschland als auch aus der Türkei, wo gesagt worden ist, die Kaufoption, die wird Trabzonspor wohl nicht ziehen. Aydin steht vor einer Rückkehr im Sommer. Er selber fühlt sich aber durchaus wohl bei Trabzonspor, spricht auch Türkisch und kann sich auch einen Verbleib in der türkischen Liga vorstellen. Aber auch für Aydin selber ist eine Schalke-Rückkehr durchaus gut denkbar. Denn Aydin kommt eben zurück, wenn Trabzonspor nicht nachfahnen wird und eben auch klar machen wird, okay, nein, wir wollen Aydin nicht behalten. Und dann ist auf jeden Fall der Plan schon so, dass sich Aydin, Karel Gerrads und Marc Wilmot zeigen soll. Denn zum einen ist es eben so, dass sie ihn beide nicht kennen. Und zum anderen reden wir hier über einen 22-jährigen rechten Verteidiger. Eine Position, die bei uns ohnehin nicht gut gesetzt ist. Aydin bringt ein Profil mit, was eigentlich perfekt ist für Karel Gerrads Wunschsystem mit der Dreierkette. Und deswegen hoffe ich wirklich darauf, dass Aydin zumindest mal eine Chance bekommt. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Wenn es aber klappt, dann sollten alle froh sein, dass man das nochmal gemacht hat. Ich hoffe nicht, dass man am 1. Juli direkt sagt, Aydin trainiert jetzt die erste Woche bei uns mit und muss dann auf jeden Fall wieder gehen, egal ob er jetzt gut ist oder nicht. Also ich hoffe wirklich, dass Aydin eine realistische Chance bekommt. Soichiro Kozuki ist ja dann der nächste Leihspieler. Und bei ihm ist ja erstmal so, dass seine Laie auch noch bis Jahresende läuft. Also im Sommer kommt er planmäßig so oder so nicht zurück. Aktuell läuft sich Kozuki ganz okay in Polen bei Gornik Schapschre. Er bekommt von Spiel zu Spielern mit mehr Einsatzzeiten, auch wenn die Leistung noch nicht so optimal ist. Ganz interessant, da gab es auch ein spannendes Video in den sozialen Netzwerken. Kozuki ist aber mittlerweile sogar sehr, sehr schnell dort in Polen zum Publikumsliebling geworden. Spannend ist auf jeden Fall, dass der Verein aus Polen eine Kaufoption besitzt. Die soll wohl bei ca. 300.000 Euro liegen. Schalke wiederum hat aber auch dann ein Rückkaufsrecht und das soll bei ca. 800.000 Euro liegen. Finde ich, ist dann insgesamt ein Deal, wo man aus Schalkersicht wenig falsch machen kann. Kozuki bekommt im besten Fall eine Spielzeit, kann sich dort entwickeln. Selbst wenn Gornik Schapschre ihn verpflichtet hat, Schalke dann in der nächsten Zeit eben auch die Chance, ihn für etwas mehr Geld zurückzuholen. Was sich dann auch natürlich lohnen würde im Fall der Fälle, wenn Kozuki dort funktioniert. Also ich finde auch diese Laie ist aus Schalkersicht wirklich gut ausgehandelt. Das heißt, im Sommer kann es auf jeden Fall sein, dass Aydin und Hekerin eine neue Chance bekommen. Polter soll endgültig abgegeben werden und bei Kozuki muss man eben dann mal gucken, wie sich die nächsten Monate die ganze Geschichte so entwickelt. Somit haben wir die sportlichen Themen für den heutigen Tage schon mal abgehandelt. Aber ich wollte auch nochmal ganz gerne über unser Sondertrikot sprechen, denn das wurde ja gestern vorgestellt und kann ab morgen, den 7. März um 10.04 Uhr, auch online bestellt werden, sowie auch in den Shops vor Ort gekauft werden. Denn es war ja so, dass Schalke in Zusammenarbeit mit dem Ausrüster Duo 11 Teamsports und Adidas ein ganz spezieller Sondertrikot gestaltet hat, gemeinsam mit den Mitgliedern. Und gestern wurde eben dann die ganze Geschichte auch vorgestellt. Angelehnt an den Königsbaum-Fangesang für mein Verein ist ein Trikot von eben jungen Vereinsmitgliedern für alle Schalker entstanden. Getreu dem Motto und das steht auch hinten auf dem Trikot oben drauf, egal ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, auch das ist ja Teil vom Fangesang. Und somit haben wir also jetzt mal endlich, würde ich mal sogar sagen, ein Sondertrikot auf Schalke. Denn ich persönlich warte schon seit Jahren darauf, dass unser Verein nochmal eine gewisse Kreativität zeigt mit Sondertrikots. Natürlich muss das auch nicht jedes Jahr sein, aber ab und an, wenn es wirklich auch mal Sinn macht, kann man doch mal ein Sondertrikot rausbringen. Denn es ist natürlich auch eine Sache des Geldes, die Schalke hier relativ einfach bei uns verrückten Fans, das muss man wirklich mal so sagen, einnehmen kann. Es war ja so, dass neun Mitglieder im Alter von 18 bis 25 Jahren diese exklusive Chance hatten, das Sondertrikot zu gestalten. Und dieses Trikot wird auch jetzt am Samstag von unserer Mannschaft gegen Paderborn getragen. Möglich macht das natürlich auch ein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen den 11 Teamsports Adidas, sowie Schalkes Trikotsponsor Felddienst und Amish-Sponsor Mulex, die ihre Flächen dann eben auch auf dem Trikot zur Verfügung stellen. Und damit haben wir eben jetzt ein Trikot, was so ein bisschen die Tradition mit aber eben auch der Gegenwart verbinden soll. Und das eben durch das alte Logo von 1924, was 100-jähriges Jubiläum feiert, oder die zentrierte Logodarstellung. Und das streicht dann eben auch nochmal den Retro-Charakter. Und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne spiegelt sich dann zusätzlich in einem Hologramm des Retro-Wappens und des aktuellen SO4-Logos wieder. Und auch der Fangesang steht natürlich für die aktuelle Zeit und steht bei diesem Trikot im Fokus. Zudem sehen wir auch dann nochmal eine Erinnerung an das Parksteine mit dem Flutlichtmast als Prägung. Es ist so, dass vor allem auch der Rückenflock natürlich dann nochmal das Sondertrikot vervollständigt. Ich finde, der ist vor allem auch richtig gelungen. Wenn ich das jetzt mal hier auf der linken Seite mit Keke Top als Beispiel sehe. Und jedes Trikot kommt dann in einer hochwertig verädelten Box und ist zum Preis von 99,95 Euro zu haben. In den Erwachsenengrößen S bis XXXL und in den Kindergrößen 128 bis 176 für 69,95 Euro. In der Sonderbox sind da noch das Trikot logischerweise, ein Pin mit dem entsprechenden Retro-Wappen und auch eine Sticker-Postkarte mit dabei. Der Rückenflock sowie das weiße zweite Bundesliga-Logo sind optional bestellbar. Matthias Tillmann, der ist auf jeden Fall beeindruckt von diesem Ergebnis. Das Sondertrikot ist ein Resultat der Ideen, Wünsche und Vorstellungen unserer jungen Mitglieder. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass die Schalke-Fans es ab Donnerstag kaufen und tragen können. Da scheuert es eine Hommage an die Geschichte des Klubs, der Slogan auf der Brust ist ein Gruß in die Gegenwart. Wir hören das Lied schließlich Woche für Woche von unseren großartigen Fans. Besonders danken möchte ich den immerwenden Partnern dieses Projekt möglich machen. 11 Teamsports, Adidas, Mulex und Feltins. Und somit geht es auf jeden Fall ab Donnerstag, sprich ab morgen, den 7. März, los um 10.04 Uhr. Es ist auch so, dass es darüber hinaus neben dem Trikot auch eine Sonderkollektion gibt. Auch die ist dann online auf jeden Fall verfügbar. Und der Rückenflock sowie auch dann eben auch das Trikot ist aber auch teilweise an der Geschäftsstelle im Fanshop verfügbar. Und somit heißt es eben dann schnell sein, sich im besten Falle das Trikot holen, wenn man es denn möchte. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich finde, designtechnisch hätte ich mir nochmal ein Ticken mehr erhofft. Ich finde es auf der Vorderseite ein Ticken viel mit dem zentrierten, aber auch dann mit diesem für immer meinen Verein. Ein Ticken zu viele Schriftarten, meiner Meinung nach auch im Kragen hätte man, finde ich, sogar nochmal ein Ticken mehr rausholen können. Ist aber auch meine persönliche Meinung. Ich bin einfach generell mal froh, dass wir auf Schalke ein Sondertrikot haben. Da habe ich persönlich echt lange Zeit drauf gewartet, weil es andere Vereine auch einfach vormachen. Und deswegen freue ich mich darauf, für diejenigen, die es haben wollen, es morgen auch bekommen. Und dann freue ich mich auch als recht darauf, dass wir es Samstag in der Arena auch live sehen werden. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Annali Schalker.